Cargo! Starten wir doch mit der ersten Challenge. Oh ja, die hat nämlich was mit dieser Schüssel und den Zetteln hier zu tun. Da sind nämlich jeweils drei Geschichten über uns drin. Die sind entweder total peinlich oder einfach nur lustig. Und dafür brauchen wir natürlich noch die Luftschlangen. Jeder bekommt eine. Dankeschön. Und du weißt schon, was es damit auf sich hat, stimmt's? Natürlich, wir müssen nämlich denjenigen, zu dem die lustige Geschichte passt, damit ansprühen. Du hast es erfasst. Wow. Und deshalb beginnen wir jetzt mit der ersten Challenge. Ich bin im Fitnessstudio vor allem eine große Treppe heruntergestolpert und hatte es so getan, als wäre nichts passiert. Okay, schütteln. Drei, zwei, eins. Was? Was ging denn? Was? Euer Ernst? Ich wurde nicht angesprüht. Ich habe ein bisschen was abbekommen. Ja, von mir. Und stimmt es, dass du es warst? Nein. Ja, weil ich es war. Boah. Ich wusste es. Es war so peinlich. Und danach habe ich einfach getan, als hätte es keiner gesehen. Aber es hat natürlich jeder gesehen. Ich habe mir im Kindergarten unter dem Tisch die Haare geschnitten. Okay. Drei, zwei, eins. Ich habe etwas in die Nase. Ich habe etwas in die Haare bekommen. Oh, du hast etwas in die Haare bekommen. Ups, ich war es. Oh, okay. Ich war es wirklich. Ha! Im Kindergarten habe ich mir wirklich mit so einer Bastelschere, weil ich wissen wollte, wie es aussieht. Einfach mal etwas die Haare abgeschnitten. Danach sah ich ziemlich lange aus wie ein Junge. Aber, naja. Guck mal, wie lange jetzt deine Haare sind. Ja. Hat keinen Abbruch getan. Vielleicht ist das der Grund, ne? Deswegen jetzt lang wachsen lassen. Ja. Und nicht mehr den Fehler machen. Ich bin bei meiner eigenen Abschiedsfeier in den Teich gefallen. Oh. Okay. Okay. Abschiedsfeier für was? Hm. Werden wir gleich erfahren. Werden wir gleich erfahren? Oh, Zettel zurück. Okay. Drei, zwei, eins. Du haust auch immer drauf. Hey, Kollege. Man muss es ja auch sehen. Okay. Dir macht das Spaß. Ja. Ja, ich war es auch tatsächlich. Abschiedsfeier war nach dem Abitur. Als ich dann ins Ausland gefahren bin. Für ein paar Monate. Da hatte ich eine Abschiedsfeier. Und da bin ich abends in den Teich bei uns im Garten gefallen. Oh. Auf einem Geburtstag habe ich mir Kamillentee über die Hose geschüttet. Niemand hat es gesehen. Den Fleck hat man schon gesehen. Oh. Das ist schlecht. Okay. Drei, zwei, eins. Los. Hast du dich gerade selbst angesprüht? Ja, das konnte nur ich sein. Oh. 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 Ich habe tatsächlich gedacht, du wärst es gewesen. Nein, nein. Okay. Ich muss die Geschichte ein bisschen weiter erzählen. Oh. Natürlich war nicht nur der Fleck deutlich zu sehen, weil ich eine weiße Hose anhatte. Oh nein. Sondern weil es Kamillentee war, war der Tee natürlich gelb. Oh. Super Geschichte, oder? Gott. Das ist wirklich schrecklich. Und keiner hat eben gesehen, wie ich mir den Tee drüber geschüttet habe. Also konnte ich es auch nicht beweisen. Ich bin in die Reiterferien gefahren und war dort am Ende nur eine halbe Stunde. Okay. Drei. Zwei. Eins. So. Voll in mein Gesicht. Oh nein. Sorry. Schön. Aber du hast auch schon voll viel in deinen Haaren kleben. Ja. Ich war es auch. Ich bin auf einen Reiterhof gefahren und dann hatten wir unsere erste Reitstunde. Dann habe ich mich aufs Pferd gesetzt und auf einmal kam so ein anderes Pferd von hinten und tritt voll gegen meinen Fuß. Und da haben wir meinen Fuß geprellt und dann bin ich schon wieder nach Hause gefahren, weil es dann nicht mehr so viel Sinn gemacht hat, weil ich meinen Fuß gar nicht mehr in den Reitstiefel reingepasst habe. Und? Der letzte Zettel. Der letzte Zettel. Ich habe mal in einem Bus einer Person neben mir anstatt meiner Freundin Selfies von mir geschickt. Oh. Ah. Das ist peinlich. Peinlich. Okay. Drei. Zwei. Eins. Oh. Hm. Ich war es nicht. Oh nicht? Weil ich war... Ich dachte, du wirst es gewesen. Wirklich? So peinlich. Das ist zum Glück noch nie passiert. Das wäre sehr peinlich. Echt ein paar peinliche Sachen passiert. Ja. Das könnte dazu passieren. Hä? Ich kann euch sagen, es waren ungefähr 40 Selfies mit meiner Freundin zusammen so in jeder Pose. Und ich weiß bis heute nicht, wer die Fotos bekommt. Oh mein Gott. Oh. Irgendjemand. Irgendwer. Kommen wir zu Challenge Nummer zwei. Und da wird es besonders unangenehm. Holt mal alle eure Handys raus. Okay. Müssen wir? Ja. Und jetzt Jonas, gib mir mal dein Handy. Okay. Okay. Dann gibst du ihm deins. Ja. Okay. Und ich geb dir mal eins. Und jetzt? Was jetzt? Tja. Und jetzt können wir alle mal innerhalb von 30 Sekunden die peinlichsten Fotos aus den Alben raussuchen. Okay. Aha. Interessant. Oh mein, das ist gut. Das ist gut. Okay, ich hab auch eins. Oh mein Gott. Das da. Das ist geil. Was ist das denn? Das geht immer. Hallo? Und was hast du da gemacht? Gelacht. Okay. Ich hab das hier. Was ist da passiert bei dir? Oh mein Gott. Oh. Das war, das war... Au, ich weiß noch. Das war ein Video. Da haben wir so Zombie-Locken gemacht. Und da waren meine Haare so ganz klein eingeflopfen. Und dann haben wir die aufgemacht und so ein bisschen hochtopiert. Und dann sah ich danach so aus und dann haben wir auch noch geschminkt. Jonas? Ja? Wir dürfen uns über dieses Foto freuen. Oh. Okay. Bist du das oder ist das dein Opa? Das ist... Wow. Das war gemein. Böse. Nein, das ist nicht mein Opa. Das bin ich, der sich die Haare nicht so... Und den Bart nicht. Ich hab... Ich hatte keine Lust auf Rasieren. Okay. Ich hab auch... Ich hab auch was. Was hast du da gegessen? Oh, ich weiß. Das war an meinem Geburtstag. Wie man sieht, hab ich einen Weihnachtspillover an, weil ich einen Wintergeburtstag hab. Oh. Und wir haben einen Schokokos-Wettessen gemacht. Und natürlich hab ich gewonnen, wie man an meinem Mund sieht. Und ich stopp den Schokokos einfach so in meinen Mund und mein Gesicht rein, dass alle meine Freunde immer lachen. Das ist schon so Tradition bei mir, dass mein Mund nach dem Essen immer voller Schokolade ist. Aber es sieht immer so aus. Ich kann's bezeugen, denn mit Jonas hab ich auch schon mal so eine Challenge gemacht. Stimmt, ja. Es sah genauso aus. Und danach hat sich Jonas wahrscheinlich so die Zähne geputzt. Oh. Warum hab ich solche Bilder auf dem Handy? Keine Ahnung. Ja. Solltest du nicht Träne putzen anstatt Fotos machen? Mal, ich finde, beim Zähneputzen fühl ich mich immer so besonders fotogen. Okay, kommen wir zu diesem hübschen Foto. Oh. Schönsten Tag meines Lebens. Oh ja. Tja. Ich weiß nicht genau, was ihr da... Oh mein Gott. Hat ihr da Slime über euch drüber? Ja, über mich. Ja. Weil ich eine Challenge verloren habe. Oh. Okay. Ihr saß beide in einer Kiste drin und Slime wurde über euch geschüttet. Ja. Und das Schöne ist ja wiederum, dass Sarah und ich dann aneinander geklebt haben und Sarah fand das nicht gut. Nein, wir sind für immer verbunden. Ja. Er fand es voll schön, aber ich habe ein bisschen Panik bekommen. Ich meine, es ist ja schon schlimm genug, einen Tag mit dir verbringen. Nein, Spaß. Spaß. Oh. Oh. Nein, Jonas. Es war wunderschön, an dir geklebt zu haben. Oh, Jonas. Okay. Ich kann auch was hören. Jonas, Wusel ruft dich an. Was? Warum? Hi, Wusel. Hallo. Hallo Sarah. Hallo Jonas und Mavi. Hier ist Wuselgusel. Ich habe gerade meinen lustige Fotosfinder 3001 ausprobiert und er funktioniert. Guckt mal, was ich für lustige Fotos von euch gefunden habe. Wie ihr aussieht Sarah. Was machst du denn dafür im Gesicht? Und Jonas. Jonas. Du siehst aus. Und Mavi erstmals. Oh nein, wie peinlich ist das denn? Woher hat er dieses Foto? Ich liebe meine Erfindungen. Ich muss die gleich nochmal aktivieren und gucken, was ich noch so von euch finde. Okay, bevor er jetzt noch mehr peinliche Bilder auspackt, leg ich auf. Oh oh. Kennt ihr TikTok? Ja. Habt ihr da auch schon mal Videos gemacht? Eigentlich nichts, was jemand sehen sollte. Eher so für privat? Das ist ja super, dass wir gerade die Ja-Sagen-Challenge machen, oder? Oh nee. Also ich habe da eine tolle Idee. Wie wäre es, wenn ihr einfach mal alle unveröffentlichten, mega privaten, mega peinlichen TikToks einfach mal öffentlich macht? Da gibt es doch nur eine Antwort, oder? Ja. Ja. Oh Mann, wir hätten uns besser informieren sollen, Jonas. Voll. Okay, wir haben jetzt hier die peinlichen privaten TikToks auf dem Handy bekommen. Lea, du bist ja TikTok-Profi. Du musst es ja auf jeden Fall gut bewerten, ne? Naja. Okay, fangen wir an beim ersten. Let's go. Frau Puhl, kommt! Ach so, am Ende soll das so ein kleines Kind darstellen. Also ich finde es gut. Warte mal. Ja, ich finde es eigentlich auch nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wir haben es nicht veröffentlicht. Das ist sogar echt nicht mal kacke. So, lass gehen. Wer kennt es nicht, wenn mal wieder so eine Treppe runterläuft? Das ist doch voll cool. Das ist voll der geile Filter. Okay, warte, wir gucken weiter. Jetzt kommt wieder dieser mit dem Mund. Jetzt kommt wieder das mit dem Mund. Ja, ist ein lustiger Filter. Oh, oh, jetzt kommt der Renegade-Tanz. Der Tanz von Lea. Den kannst du richtig gut. Okay, warte. Die kann ich überhaupt nicht leiden. Das heißt, wahrscheinlich sieht es jetzt genauso aus, wie wenn ich das machen würde. Hä? Ist das so falsch? Das ist komplett falsch. Das sieht super aus. Das sieht super aus. Okay, nice. Nice. Sehr nice. Und? Wer war jetzt besser? Lea, komm, du als TikTok-Expertin entscheidest das jetzt. Trommelwirbel. Einiger Gewinner ist Jonas. Ja! Das ist auch ein bisschen besser. Nein! Ach, Mann. Na gut. Hätte ich es mir denken können. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass unsere beiden Tanzvideos jetzt nicht unbedingt vielleicht die besten waren. Lea, du machst ja auch TikTok. Ja. Hast du den Song auch schon gemacht, oder? Genau, habe ich auch schon hochgeladen. Ah, gut. Dann gucken wir uns mal an, wie das wirklich funktioniert. Tja, und das Schöne ist, ihr habt jetzt gerade eben die Ja-Sage-Challenge erwähnt. Und ich würde mal sagen, ihr seid jetzt wieder dran. Und Sarah und ich denken uns jetzt was aus. Ich glaube, wir haben schon eine Idee, oder? Ja, ich habe schon eine Idee. Ah, so. Sollen wir das machen? Ja, komm. Okay. Drei, zwei, eins und ihr bekommt einmal eine Unterlage von uns. Und natürlich ganz viele Farben zum Nägel lackieren. Ja, denn eure Challenge ist es, mit diesen wunderschönen Nagellackfarben hier, euch gegenseitig die Fingernägel zu lackieren. Einzige Regel? Nicht die Hände benutzen. Hä? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Aber ja, ja. Ja, natürlich. Super. Los geht's. Okay, alles klar. Wie soll ich das machen? Oh Gott, ist das dumm. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. So, ab jetzt dann ohne Hände. Und jetzt keine Hände mehr. Den Flieger hast du noch? Ja, Mann. Also mehr Licht auf dem Nagel als auf dem Nagel. Da ist ein wenig Lack auf meinem Nagel. Ein bisschen. Ja, hier ist mein Ergebnis. Das ist super. Richtig schön. Mega schön. Kannst du mir jetzt endlich mal verraten, was wir überhaupt machen? Wie funktioniert das? Das hab ich dir noch gar nicht gesagt. Naja, wir spielen drei Runden, die alle etwas mit Schleim zu tun haben. Und pro Runde gibt es einen Punkt. Ja, und der oder diejenige, die dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Und die andere Person, die muss dann das besondere Bad nehmen. Ach, wie witzig, dass du die sagst. Dabei könnte es ja auch der sein, also du. Naja, oder aber die wie du. Mal sehen. So, wir sind bei der Runde eins angekommen. Und jeder von uns, also Sarah und ich, wir haben jeweils einen gleich großen Schleimklumpen. Und es geht darum, diesen in die Länge zu ziehen. Und bei dem es, äh... Ohne dass er reißt. Genau. Bei dem es nämlich zuerst reißt. Die Person hat dann verloren. So, bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Wir haben noch Hilfe geholt, und zwar von Johanna und Inga. Und die werden jetzt einmal den Schleim für uns ziehen. Ihr seid bereit? Ja. Okay. Dann legen wir los. Okay. Einmal nehmen. Und... Los geht's. Nach hinten laufen. Vorsichtig. Achtung. Ach, weiter. Sehr gut, Johanna. Sehr gut. Ja. Ja. Das sieht sehr gut aus. Das sieht gut aus. Das machst du super. Das machst du super. Ja. Das machst du noch besser. Nein! Ich würde sagen, wir haben gewonnen. Oh nein, es ist gerissen. Jawohl. Egal. Trotzdem gut. Ich fand unsere Technik nicht schlecht. Eure Technik war gut. Aber du kannst ja deine Technik jetzt durchaus noch mal ein bisschen verfeinern in Runde 2. Willkommen zur Runde Nummer 2. Bist du bereit? Was ist das? Das ist ein großer Behälter voller Schleim. Hm. Was auch sonst? Ja. Und in diesem Schleim befinden sich drei Gegenstände. Wir beide wissen nicht, was für Gegenstände da drin sind. Und wir müssen diese Gegenstände erraten. Jeder hat 30 Sekunden Zeit, um diese zu erfüllen. So. Ja. Und der andere? Der andere, der hört Musik. Wichtig. Und sieht nichts. Damit du auch nichts siehst. Ist ja gut. Moment. So. Ich bin ja gespannt, ob ich das erfüllen kann. So. Ich mach dann jetzt die Musik an und du nix los. Okay. Viel Spaß. Ich glaube, du hörst nichts. Gut. Er hört nichts. Und sehen hoffentlich auch nicht. Oh. Jetzt fass ich da mal rein. Wow. Schleimig. Das erste ist, glaube ich, irgendwie ein ... Ist das spitz? Ich kenn das. Ich glaube, ein Aufladekabel. Okay. Das nächste ist ... Au. Das ist alles so spitz. Was ist das? Ich glaube, ich sage, es ist eine Gabel. Und das dritte ... Oh Mann. Zeit vorbei. Okay. Dann mal los. Hm. Oh, ist das eklig. Das ist super glibrig. Ja, oder? So kalt. Da ist irgendwas Großes. Irgendwas ... Ist das? Verletzt dich nicht. Ist das ein ... Ja, da muss man auch ... Ist das ein Aufladekabel? Keine Ahnung. Okay. Ich glaube, da ist ein Aufladekabel. Und dann ist da noch irgendwas. Warte mal. Moment mal. Ist das ... Lang? Oh, das ist sehr hart. Warte mal. Warte mal. Ich glaube, das könnte ... Ist das ein Löffel oder sowas? Ich sage ein Löffel. Gut. Sollen wir mal gucken, was wirklich drin war? Weil ich habe Gabel gesagt. Okay. Gucken wir mal rein. Wir haben ... Eine Gabel. Oh nein. Hihi. Und das andere ist ein Aufladekabel. Das heißt, ich habe gewonnen, oder? Wir haben das dritte nicht gefunden, aber egal. Ich habe gewonnen. Okay, Punkt für dich. Jetzt muss die nächste Challenge aber klappen. So, wir kommen jetzt zur Challenge 3. Und das ist die ultimativ entscheidende Challenge. Wer von uns beiden packt es? Und wer muss ins Schwimmbecken? Beziehungsweise ins Schleimbecken? Das sieht echt schmerzhaft aus. Ich habe Angst. Ja, wir haben die Schleimschleuder hier. Und wir haben 5 Sekunden Zeit. Wir kriegen ja eine Frage. Und wenn wir die beantworten, dann sind wir gesichert. Wenn wir sie falsch beantworten, werden wir abgetroffen. Woher kommt der Schleimtrend? Äh, aus den USA. Äh, ich hab mal schneller. Okay, bitte. Okay, es war daneben. Na super, Glück gehabt. Und hast du schon Angst? Du wirst jetzt nämlich ziemlich oft von der Schleuder abgeschleudert. Nö, absolut gar keine Angst. Ich bin bereit für die nächste Frage. So, bitte Frage. Seit wann gibt es den Schleim? Seit 5 Jahren. Äh, 2000... 2014. Ähm, 1990. Und das war am nächsten, oder was? Ja. Nächsten. Tschüss. Tut mir nicht weh, bitte. Auch verfehlt. Glück gehabt. Aber du hast den Punkt. Ja, ich habe den Punkt auf jeden Fall. Damit steht es jetzt 1 zu 1. Schön. Ist Slime gleich Schleim? Ja. Ach so. Ach, jetzt weiß ich was. Viel Spaß. Ich dachte, ob Schleim Schleim ist. Es gibt verschiedene Arten von Schleim. Nein, nein, nein. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. So, wenn man sich jetzt mal den Punktestand anguckt, dann könnte man ja einfach behaupten, dass ich gewonnen habe. Könnte man nicht nur behaupten, es ist leider auch so. Das heißt, wohin musst du jetzt? Ins Schleimbecken. Und was musst du dafür noch schnell tun? Mich umziehen. Das machst du jetzt mal. Ein Traum, der geht jetzt endlich in Erfüllung. Und zwar, dass du in dieses Schleimbecken musst. Ach man. Bist du bereit? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1. Wow. So ein Schleimbad. Ja, und das wäre jetzt echt in diesem Schleimbad und so ein bisschen Schleim hier, den du dann kriegst, viel zu wenig. Deswegen kriegst du jetzt noch ein bisschen mehr. Achtung. 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 Bist du bereit? Nein. Los geht's. Oh Gott, ist das schwer. Yummy. Ganz viel Schleim für dich. Jonas, danke für diese Challenge. Sehr gerne. Ich finde, das sieht wirklich ganz toll aus an dir. Und der Schleim besteht dir richtig. Cargo. Tobe Show. Let's get it up, YouTuber. Wir sind hier mit... Mavi Noel. Sollte ich gerade sagen, jetzt hat sie es vorweggenommen. Egal. Doppelt hält besser. Mavi, und du bist hier aus einem gewissen Grund. Wir machen nämlich mit dir eine richtig coole Challenge. Ja. Was machen wir eigentlich? Wir spielen Wahrheit oder Pflicht. Klassisch, wie man es kennt. Nur, dass wir kein Flaschen drehen oder so machen, sondern wir haben hier Zettelchen vorbereitet. Blau bedeutet Wahrheit und Gelb Pflicht. Okay, und wir machen das dann einfach alle nacheinander? Ja, genau. Ich würde sagen, wir ziehen einfach so abwechselnd. Okay. Gute Idee. Und man darf sich entscheiden, ob man lieber Pflicht macht und wahrt? Genau. Du kannst wählen, ob du lieber eine Aufgabe machst. Die kann man wahrscheinlich auch im Sitz lösen. Oder ob du eine knifflige Frage beantwortest. Okay. Dann entscheid du doch mal. Na, ich würde sagen, wer das denn hier? So, die Mavi darf das machen. Okay, ich fange mal an. Als Gast. Ich glaube, ich mache lieber eine Aufgabe. Das ist cooler. Dann ziehe ich da mal den Zettel. Oh krass, das ist mutig. Ich mag Aufgaben lieber. Okay. Mach ein Geräusch oder eine Bewegung, die man fast niemand machen kann. Zum Beispiel am Ellenbogen lecken. Oh, ich weiß. Ich kann mit meiner Zunge die Nase berühren. Oh krass, das kannst du nicht. Kannst du das? Das ist voll cool. Nicht mal annähernd. Hä? Das geht bei mir irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Hä, wie machst du das? Ich kann mit meiner Zunge die Nase berühren. Wie zum... Das konnte ich schon immer. Ich weiß auch nicht warum. Das fällt mir das auch so aus. Hä? Ne, Jonas. Nicht mal annähernd. Ja, das war eine Bewegung. Okay. Wie geht... Okay, ja gut. Ich bring's dir später bei. Ja, könnt ihr kurz halten. Yes. Mhm. Was nimmst du? Ja, dann nehm ich doch auch gleich mal die Tarte. Mhm. Pflicht. Mutig, mutig. Gib mit deinen muskulösen Armen an. Nichts leichter als das. Ach doch. Oh, wow. Das war lustig. Das hat sie wirklich gemacht, ne? Okay. Ähm, gut. Dann mach ich doch einfach mal weiter. Und ich nehme aber Wahrheit. So. Wollen wir Pflicht spielen oder so? Zwei. Ist das eine? Ja. Yes. Du triffst eine Fee und hast einen Wunsch frei. Was würdest du dir wünschen? Ui. Puh, was würde ich mir wünschen? Jonas würde sich ne Popcorn-Flatrate wünschen, glaube ich. Ja. Popcorn wär cool, aber ich würde mir einfach, Achtung, jetzt kommt's, noch mehr Wünsche wünschen. Das ist so schlau, wirklich. Der Kreativeste. Ja, ist doch so. Ja, und dann? Was würdest du dir dann wünschen? Ja, erst mal würde ich mir so 100 Wünsche wünschen und dann würde ich, keine Ahnung was, erst mal und ein großes Haus mit einem Hund und vielleicht ein schönes Auto. Das sind alles so materielle Dinge. Eine Sarah, die dich jeden Tag rumträgt. Oh, ich wünsche Sarah, die mich jeden Tag trägt, ja. Und dann, wenn man... Oh, und ich wünsche mir, dass ich mir mit meiner Zunge an die Nase kann. Das würde ich mir wünschen. Und dann, wenn man nur noch einen Wunsch am Ende frei hat, will ich sie einfach nochmal 99 Wünsche. Ja. Das ist der Deal. Voll gut. Weiter mit Mavi nochmal. Ah, okay. Ich nehm diesmal auch so eine Wahrheit. Wollen wir nochmal gucken. Ist das einer? Ja. Ja? Okay. Was war das blödeste und das coolste Geschenk, was du je bekommen hast? Wow, ich muss wirklich überlegen. Oh. Ich find's immer fies, blöde Geschenke zu sagen. Ja, weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich weiß das Beste. Also an Weihnachten, also immer die Tourensachen. Es gibt da mehrere. Also einmal so eine Tourenmatte. Dann so einen, den kann man so aufklappen. Das ist so ein Schäbebalken zum aufklappen. Den kann man dann hinlegen. Und so einen Ring, den kann man von der Decke hängen, darin auch so touren. Das waren so coole Geschenke. Und das blödeste, was war das blödeste? Hm, ich hab wirklich keine Ahnung. Socken? Sind Socken nicht immer unbeliebt? Ich hab noch nie Socken bekommen. Ah, das ist gut. Ich mag Socken. Ich weiß es wirklich nicht. Ich fand alles cool. Das ist echt schwer. Ich hab keine Ahnung. Na gut, ich mach mal weiter. Und ich nehm noch mal Pflicht. Okay. Das müssen ja die Mischung halten. Könnt ihr mal bitte ein bisschen mehr Wahrheiten erzählen? Na gut, nächstes Mal. Nee. Zeig das letzte Foto, das du mit deinem Handy aufgenommen hast. Ja. Endlich. Kann ich nicht. Ich hab gar kein Handy dabei. Oh. Okay, stopp, stopp, stopp. Du darfst dein Handy jetzt holen. So. Na gut. Auf jeden Fall. Holes, holes. Was ist das? Okay, wollen wir mal wetten? Ich wette. Es ist etwas mit ihr. Ja. Ich wette, es ist ein Selfie. Ja. Wieso? Ja, ja. So. Okay. So. Wie macht Sarah bei das Selfie so? Ein Muskelselfie. Muskelselfie? Ja. Muskelselfie. Ich find mein Handy nicht. Ja, ja, ja. Die ausdrücken. Das ist eine Ausdrücke. Ich find das wirklich nicht. Wo ist das Handy? Mist. Das Handy ist weg. Das Handy wurde gefunden. Dein Handy wurde gefunden. Hallo. Du. 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 Na gut. Das letzte Foto, das ich aufgenommen habe, war tatsächlich ein Foto vom Set heute. Ui. Ha. Von ihr. Das gilt als Selfie. Ja. Gewonnen. Wir wussten es. Nicht besonders spektakulär, aber dafür hab ich jetzt extra mein Handy gesucht. Sehr gut. Ich fand das Foto cool. Ja. Ähm. Du bist dran. Okay. Ich nehme... Na komm, dann nehme ich auch mal Pflicht. Wieso nicht? Föne, ihr könntet danach mal ruhig die Wahrheit erzählen. So. Danach. Ja. Popel für mindestens fünf Sekunden. Ne. Was? Los geht's! Was ist das denn für eine? Popeln, 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 Popeln. Irgendwie ehlig. Du hast deine... Du hast deinen Finger gar nicht in der Naht. Das ist ja voll. Ja, also... Oh, hab ich in der Naht. Huiuiuiuiui. Du hast doch recht. Oh, ganz viel Popel. Ich weiß, wie ich heute nicht mehr die Hand gebe. Ja. Oh. Ja, bitte. Okay. Ich bin dran, oder? Was sind das denn für Zettel? Ähm. Ich nehme auch wieder Pflicht. Okay. Ich mag Pflicht lieber. Ich merke es. Du magst die Aufgaben, ne? Präsentiere dein Outfit wie auf einem Catwalk. Okay. Wow. Soll ich mir aufgehen? Ja. 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 Bitte schön. Komm und dann hier mal an. Aha. 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 Oh, yeah. Oh, yeah. Was ist unsere Punktebewertung für diesen Lauf? Dill, dill, dill. Gut, nach dem Catwalk ziehe ich lieber keine Pflichtkarte mehr. Wow, komm schon. Was denn los? Ich ziehe lieber einen Wahrheitszettel. Hm. Was war die dümmste Aktion, die du jemals mitgemacht hast? Mhm. Die dümmste Aktion. Die dümmste Aktion war, glaube ich, wirklich diese Schleimdusche, die wir hatten auf der Schleimmesse. Oh Gott. Du kommst nicht über diesen Schleim hinweg, oder? Nein, komm ich nicht. Das ist wirklich krass. Jonas, du weißt doch, wie unsere Klamotten aussahen. Das war alles hinüber danach. Aber es hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Das stimmt, ja. Ich war nicht dabei. Gar kein Problem, hier auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr euch auf jeden Fall das Video angucken. Einfach das Schleimvideo raussuchen und dann Sarah und ich waren mal schon ein bisschen Schleim baden. Magst du eigentlich Schleim? Ich liebe Slime. Ich mache immer Slime selber. Oh, oh. Das ist richtig cool. Wer Schleim mag, Daumen nach oben. Wir wollen mal wissen, wer von euch Schleim mag. Daumen! Ja, Mavi, danke, dass du mitgemacht hast. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Uns auch. Voll. So, und das nächste Mal machen wir so eine ganze Runde mal nur Wahrheit. Ja. Ihr wart alle sehr nicht so viel Wahrheit. Doch. Machen wir Wahrheit oder Wahrheit. Oh, Wahrheit oder Wahrheit. Das nächste Mal dann Mavi wieder. Ihr müsst unbedingt den Togo-Kanal abonnieren, falls ihr dieses Video dann sehen wollt. Richtig. Und ansonsten könnt ihr auch gerne rüber zu Mavi gehen und einmal gucken. Stimmt. Ich habe mich schon verabschiedet. Du bist schon weg? Mach doch noch eine Verabschiedung. Oh, geil. Pflicht. Warte, warte. Guck mal hier. Achtung, ich lese mal kurz vor. So muss ich mich dann quasi verabschieden. Mache eine Verabschiedung mit fünf Zetteln im Mund. Das steht da gar nicht drauf. Okay, dann musst du wohl mit Zetteln, mach die doch mal in den Mund. Ich habe eine kleine Challenge vorbereitet. Ich werde jetzt mit dir shoppen gehen und wir werden zum einen das kreativste Kostüm raussuchen, das coolste und das lustigste. Okay. Bist du mit am Start? Ich bin dabei. So, hier sind wir. Drei Kostüme. Kreativ. Lustig. Und cool. Genau. Auf die Plätze fertig los. Ein Kleid. Ich brauche ein Kleid. Ich glaube, daraus kann man was machen. Ah! Wie geht das jetzt? Was bist du? Eine Dämonen-Hexe aus dem 18. Jahrhundert. Nein, ich bin Punk-Zauberer. Aber das ist kreativ. Ein bisschen gruselig bist du? Vielleicht mal was Lustigeres? Oh Gott, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Das hat keiner gesehen. Entschuldigung. Los. Witzig. Was bist du? Was ich bin? Ich höre so schlecht. Ein Melonen-Monster. Ein Melonen-Monster? Ja. Ich bin ein Peperoni-Glitzer-Einhorn. Willst du mal von meiner Peperoni beißen? Ich von... Deiner Melone. Oh, die ist scharf. Irgendwas Cooles. Das ist cool, glaube ich. Ich kann mir schon denken, was Lara für ein Kostüm anzieht. Ich muss irgendwas finden, was dazu passt. Drei, zwei, eins. Los. Oh! Bist du cool. Du bist cool. Cooles Cowgirl. Cooles Indianer-Girl. Ja. Mit Ketten, Goldketten. Und Brille, Sonnbrille. Genau. Scheint die Sonne hier drin. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und Lara, du hattest wirklich Top-Kostüme. 1A, meine Herren. Du auch. Danke, danke, danke. Und ihr könnt natürlich abstimmen, hier bei der Togo Show, bei togo.de, wer das coolere Kostüm hatte. Ich glaube, du gewinnst. Oder du? Ich glaube nicht. Wer weiß. Ihr entscheidet. Genau. Ihr entscheidet und lasst es krachen und wir gehen jetzt mal ordentlich feiern. W Ey, w errado! Wuhuuu. Wuhuuuu. Wuhuuuuu. Wuhuuuuuu, wuhuu- Wuhuuuuu, wuhuuuuuu, Wuhuuu. Wuhuuu. Wuhuuu, wuhuuu Sorry about Debbie. Was die Irensaalille,